Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und 4. Herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Together Singleplayer. Und ich soll noch jemanden grüßen und ich bin der letzte YouTuber, der wirklich Nein sagt bei sowas. Und zwar, ich grüße den YouTube-Kanal Infernus Games. Moin, moin ihr beiden. Hey, moin auf meinem Kanal. Ja, und wer soll ich noch grüßen? Eigentlich, ja, wenige. Aber ich habe jetzt wirklich keine Zeit zu zocken, Leute. Ich bin jetzt nämlich vier Wochen im Internat und habe eigentlich nur die Zeit jetzt kurz, um ein paar Gameplays für euch zu produzieren. Weil mehr Zeit habe ich gar nicht. Vielleicht nachher mal ein bisschen Call of Duty Ghosts. Ja, vielleicht ein bisschen. Aber dann ist ja schon mal wieder Zeit zum Arbeiten. Aber mich würde ich jetzt hier nicht mit der Arbeit öden. Boah, Vögel. So, sorry, Greenpeace. Aber das muss einfach mal sein. Ich muss jetzt einfach mal die Vögel töten. Ich freue mich erstens mal richtig auf die PS4. Konnte mir die natürlich heute nicht kaufen. Und das PSN-Freundes-Listen-Problem wird endlich gelöst werden. Weil man kann bis zu 2000 Freunde reinmachen. Auf der PS4. 2000 Freunde. Das heißt, alle, die eine PS4 haben und eine PS3, werden mich bei YouTube Gamescom drin haben. Das ist natürlich auch mal was, weil dann können wir alle zusammen zocken. Egal was. Battlefield 4 bis Call of Duty Ghosts und bis Killzone Shadow Force. Was? Wir zocken alles. Das Geile daran ist, man kann sogar Kurznachrichten von 15 Sekunden vertexten. Das heißt, ich kann jetzt einen Text schlagen. Hallo Infernus Gamers. Wie geht es dir? Hast du gut geschlafen? Dann sende ich das dem an seinen Account. Und dann drückt er auf Bestätigen. Hallo Infernus Gamer. Hast du gut geschlafen? Und kann die Nachricht anhören. Das heißt, ich werde jedem Abonnent, jeder, der mich auf der PS4 annimmt, als Freund oder schon hat, werde ich eine persönliche Nachricht hinterlassen. Individuell gestaltet. Könnt ihr auf jeden Fall mal gespannt sein. Weil jeder Account hier, jeder, wirklich jeder kriegt von mir eine eigene Message. Hier. Das. Was ist denn? Ist das ein Heli? Nee. Er ist ja mitten im Flugfeld hier. Es sind bestimmt viele Passagiere drin. Da muss ich einfach reinrasen. Ja! Geil! Ich habe ihn getroffen in den Flieger. Außer Gefecht. Herrlich, herrlich, herrlich. So, wie lange haben wir? Drei Minuten drei steht auf meiner Uhr. Das ist noch gar nichts. Das haben wir bisher gemacht. Ein bisschen gelabert. Heh. Ein bisschen labern haben wir gemacht. Jojo. Trevor, der Bart wächst. Herrlich. So. Boah. Ich gucke so auf meinen YouTube-Kanal. Hey, im Knast so. 700 Abonnenten. Was läuft denn ab? Ey, Mann, ihr seid die besten Abos der Welt. Wollte ich nochmal nochmal sagen. Und ich weiß natürlich, meine Art ist natürlich nicht, äh, mag nicht jeder. Ich habe jetzt zum Beispiel auf der PS3 einen Kommentar bekommen. Das will ich euch jetzt nicht zeigen. Oder das könnte ich euch zeigen, wenn ich will. Das zeige ich euch jetzt auch. Jetzt bleibt mal gespannt, was mir eine Person geschrieben hat. Wartet mal. Wartet mal. So. Warum warst du auf? Weil ich im Knast bin. Das war jetzt nicht die Ding. Äh, und zwar. Und zwar. Und zwar. Und zwar. Und zwar. Warte mal. Ne, das war das auch nicht. Auch wenn das cool ist. So. Ich glaube, das war der Jakob. Weißt, was du laberst? Du laberst nur Rotze und kannst nicht mal alles ordentlich aussprechen. PS. Ich kann kein Hater. Du regst mich eben auf. Also. Ich laber scheiße. Also. Ich bin so einer, der live kommentiert und nebenbei noch redet und dann noch, äh, versucht zu zocken. Dass da nicht immer was, äh. Ja. Weiß halt schon. Ich kann jetzt zum Beispiel nicht so reden. Hallo. Ich bin Professor YouTube Gamescom. Wir fahren jetzt mit einem Auto. Mit dem sogenannten BMW. Wir haben 327 PS. Ein Hubraum von 850 Kilowatt. Und wir fahren auf einer haltierten, äh, Straße. Das Wetter ist 25 Grad Celsius warm. Ach, was soll das, Leute? Das ist doch kein Let's Play. Das ist nicht das Let's Play. Das ist ein 0815 Let's Play. Was, was ich, was das, was das ist. Das gibt's. Das gibt's, Leute. Äh, wir fahren jetzt mal. Bild umgefahren. Aufsteigen. Was soll das, Mann? Guck mal hier. Coole Waffe hier. Es kommt gleich die Zug. Die überrollt mich. Oder so. Ja. Ich sag jetzt auf jeden Fall mal. Ciao, Leute. Wenn ihr mehr sehen wollt. Von GTA 5. Auf der PS3. Dann sagt Bescheid. Ich bin da. Und Ghost wird natürlich auch kommen. Auch wenn natürlich manche Abonnenten von mir sagen, Ghost ist scheiße. Ich weiß das. Weil ich spiele halt nun mal gerne injiziert. So. Ui. Und ich sag jetzt einfach. Ciao, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.